War es, wie gesagt, vor einem halben Jahr die furchterregende exponentielle Kurve, die uns in ihrer medial dargestellten Dramatik Angst und Panik einimpfte, die das Volk gefügig in Schachelt und dem berühmten Dumbasti, den zwar verfassungswidrigen, aber dafür die kiesen Babyelefanten gebar, ist nun der fortgesetzten spätpobotären geistigen Banalität Österreichs Kindergärtner auf der Regierungsbank geschuldert, dass uns die vierfarbige Corona-Ampel in ihrer kindlichen Art und Weise das Fürchten lehren soll. Grün, Gelb, Orange, Rot, die infantilen Farbenspiele von Kurz und Angstschober, die uns rein psychologisch an die bunten Radfahrkurse in der Volksschule erinnern, sollen uns deutlich machen, wer wir das Volk eigentlich sind. Dumme, kleine, entmündigte Fratzen, die erzogen werden wollen und denen man mit der naiven Sprache die verfassungswidrige und im Fall der Ampel gesetzlich nicht gedeckten Einschränkungen der Freiheitsrechte schmackhaft machen soll. Auf der Regierungsbank die strengen Eltern, die die Bürger in Worten und Daten als die aufmüpfigen Kinder degradiert, denen man mit Elefanten, Ampeln und Co. herwehren will, angesichts dieser neuen Form der Kommunikation einer Regierung mit ihrer Bevölkerung, also diesem Geist einer verkindlichten Bevormundung entsprechend, warte ich ja nur noch darauf, bis man Grenzstationen mit Lego-Bausteinen baut und Polizisten in Zukunft kein Barbie-Puliz-Puppen nennt. Aber nun zurück zur Willkür, der sogenannten Ampel dieser Regierung. Ohne gesetzliche Deckung, ohne Beschluss des Parlaments, wird diese vertechnisierte Überwachungskonstruktion, hinter deren Wahrheit die Willkür des billigen parteipolitischen Gefeilsche von gescheiterten Politikern liegt, flächendeckend installiert. Die Zahl der mit dem Polit-Ebola-Infizierten hält sich seit Monaten in der Waage. Die Spitäler und deren Intensivstationen sind, zumindest was Corona-Patienten betrifft, leergefegt. Demgegenüber stehen die Auswirkungen der politischen Chaosmaßnahmen, die jene des Virus längst übertroffen haben. Jahrhundertrezession, Einbruch der Wirtschaft, Rückgang des Tourismus, Unternehmenspleiten, Massenarbeitslosigkeit, Schuldenberge, ein Anstieg der psychiatrischen Erkrankungen, Existenzängste und schlussendlich Suizide. Diesem Wahnsinn wird man mit der bisherigen chaotischen Symbolpolitik nicht begegnen können. Wahrlich, Österreich braucht daher keine Corona-Ampel, wohl eher eine neue Regierung.